Wir sind unter dem Nebel gestanden und jetzt! Und jetzt! Schau mal, der Himmel, wie der blau ist! So irrsinnig! Schau, wie es runterzieht! Ja, ja, ja! Ganz verrückt! Das ist so schön! Siehst du nicht auf dem See, oder? Aber dafür sehen wir Brockenspenste und wunderschöne Übergänge. Wir sind jetzt hier neben dem Halbzuche. Landschaft ist eigentlich eine Erfindung des Menschen, oder? Also, das sind eigentlich nur Räume. Aber wir geben diesen Räumen Bedeutung. Ich bin Bestandteil der Landschaft. Ich bin ja jetzt auch Bestandteil, wenn ich hier sitze. Irgendwie bin ich ja auch Fels und ich bin Gras und ich bin eigentlich... Es hat nichts mit Wahnsinn zu tun, sondern es hat etwas mit einer gewissen Demut zu tun. Man kann eigentlich... Diesen Stein kann man nicht ignorieren, wenn man in einer Wand ist, sondern man muss ihn ernst nehmen. Meine Bilder sind immer bezogen auf meinen Körper und meine Seeweise. Und ich meine, dass ich eine Art Stellvertreter bin für menschliche Seeweisen und für menschliche Körperempfindungen. Ich bin eigentlich als Maler erster Platzhalter für den Betrachter. Ich bin also als Maler der erste Betrachter des Bildes. Und ich hinterlasse so etwas wie einen Raum. Und dieser Raum, der ist relativ. Also der ist relativ bezüglich, und dem sage ich Augenpunkten, ist relativ bezüglich solchen Phänomenen wie das, sind teilweise Ansätze zu Gesichtern, dass ich eben diese Augenpunkte im Grunde genommen aus Orientierungshilfen nehme. Als wir den Pilatus bestiegen, im Nebel, da ist sie stockdunkel, da muss man eben auch mit den Stöcken den Untergrund abtasten und hören, was für Untergründe oder Hintergründe im Grunde vorhanden sind, und anhand von dem sich orientieren. Also wir sind in einem sehr, sehr viel sinnlicheren Sinn eigentlich mit unserer Welt und unserer Umgebung verbunden. Und dieses Verbundensein und diese Art Abstraktion, die ich grundsätzlich diesen Bildern zugrunde lege, die ist eigentlich Kulturgut. Also ich meine, wir wissen eigentlich seit Jahren, was eine Karte ist, was ein Plan ist, das ist nicht die Wirklichkeit. Wir wissen, was ein Bild ist, das ist nicht die Wirklichkeit, sondern es ist etwas anderes, etwas, das über die Wirklichkeit sehr viel aussagt, und eben auch über uns selber etwas aussagt. Das ist die Nebelgrenze. Und zwar da ist das Crimsonhorn und hier bin ich als ich Körper eigentlich vorhanden. Und da ist der Nebel und im Grunde genommen passiert eigentlich, also ich erkläre nichts, sondern ich versuche einfach das zu verstehen, wie ich das sehe. Hier passiert eigentlich zwischen diesen Augen und diesen Augen und irgendwie da, da wird so etwas wie ein Raum aufgespannt. Und darin aktiviert sich dieses Geschehen, das wir da an diesem Morgen am letzten Freitag erlebt haben. Klar könnte ich eigentlich wie, also, einfach dieses Enfass zeichnen, dieses perspektivische Zeichnen, das könnte ich eigentlich schon, aber ich finde, das interessiert mich nicht. Weil das eben irgendwie der Komplexität unserer menschlichen Räume und der Räume, in denen wir Menschen uns bewegen, eben, dass das nicht abgedeckt wird. Warum sollen die Nebelbilder immer so, wie sie Hodder gezeichnet hat, oder wie sie Kasbara wie Friedrich malt, oder? Warum sollen wir sie immer so zeichnen? Ich finde eben, dass diesen Ich-Körper ist da vorhanden. Und ich weiß schon, es ist bis zu einem gewissen Anmassung, oder? Was wir da machen. Aber Anmassung hat ja auch etwas mit Mass, mit Vermessen und mit Anteilnahme zu tun, irgendwie, oder? Und wie sollen wir das anders machen? Wir sind ja nicht Fels, wir sind auch nicht Tier, wir sind auch nicht Nebel, aber wir sind irgendwie dazwischen, versuchen das zu verstehen. Dass ich da eben diese Grenzerfahrungen, dieses Darstellbare auch, oder? Also wie kann ich mich als Ich-Körper in einer Umgebung, in einer Landschaft, bezüglich dem Pilatesberg und dem Wasser, also zum Beispiel diese Horverbucht da, wie kann ich mich da empfinden, und wie kann das dargestellt werden? Ich habe mich eigentlich immer auch mit den Augen beschäftigt, und die Augenmechanik, oder die Augenbezüge, die haben mich immer interessiert, also was passiert eigentlich zwischen Netzhaut und Augenlinsen, nämlich im Hirn. Und wenn ich jetzt sage topografisch, dann meine ich eben, ich nehme eigentlich das, was eigentlich in einem Schädel passiert, im Hirn, das nehme ich als Anlass und projiziere diese Anlässe eigentlich, also diese Bezüge eigentlich auf den umgebenden Raum. Die Vielfalt ist nicht das Ziel, und auch nicht Glück ist nicht das Ziel, sondern es ist irgendetwas völlig anderes. Es gehört eben sehr viel zu dem, was da... Ich finde mal reicht einfach ein Fähig, um etwas mehr Bewusstsein oder Verständnis von dem, was uns umgibt und was man selber ist, zu erfahren. Und jetzt ein bisschen Suppe. besonders die Richtung der Bezüge mit dem ersten Punkt. und das ist einfach mal, wenn sie zu haben, und dann die Frauen im Kinder mit dem ersten Punkt. Und die Frauen im Kinder zwischen Extern. Auch nicht im Hilfsmittсылätze und die Frauen die Leute aus sichern. wo man zudnven,